So meine Lieben, dann lasst uns auch direkt in den heutigen Newsletter rein starten. Und zwar beginnen wir ganz zu Beginn mit einem kurzen Marktupdate. Danach geht es weiter mit ein paar nennenswerte News. Ein Rabatt, was unsere Membership angeht, das Zitat der Woche, das Meme der Woche, die wichtigsten Deadlines. Und wie immer gilt, die letzten zwei Teile teile ich nur beim Newsletter. Falls du darauf ebenfalls Zugriff haben möchtest, dann einfach um gratis Eindrang, dann bekommst du darauf ebenfalls Zugriff. Gut, dann lasst uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten. Und zwar kamen jetzt letzten Mittwoch die Inflationsdaten der USA für August raus, die auch teilweise besser ausgefallen sind als erwartet. Ich sage deshalb teilweise, weil die Co-Inflation im Prinzip genauso rausgekommen ist, wie sie erwartet wurde. Allerdings die Headline-Inflation tatsächlich besser war, als sie erwartet wurde. Und deshalb haben sich dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeiten rund um die Zinssenkung jetzt geändert, wie du es auch beispielsweise hier in diesem Chart erkennen kannst, dass zumindest Stand heute mit einer Wahrscheinlichkeit von 50,0% eine 0,5% Zinssenkung erwartet wird und ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% eine Kürzung in Höhe von 0,25%. Jetzt rein rational gesehen sind Zinskürzungen natürlich bullish. Sie können allerdings auch bearish sein, wie sie in der Vergangenheit auch häufiger waren. Und zwar immer dann, wenn wir kurz vor einer Rezession stehen und dann die Zinskürzungen relativ rasch passieren. Wobei auch derzeit relativ viel darüber diskutiert wird, ob nicht der wirkliche Preistreiber, insbesondere bei Krypto und den ganzen Risk-On-Issets, nicht ohnehin die globale Liquidität ist. Wie du hier in diesem Chart erkennen kannst, hier in Weiß-Tage steht die globale Liquidität, hier im Blau der Bitcoin-Preis, dass jetzt hier die globale Liquidität ist, seit wenigen Wochen nach oben ausgebrochen ist. Was wenn man das historisch betrachtet, wenn du dir das hier anschaust, genauso auch das hier, bislang immer ein relativ bullischer Faktor war. Aber nicht nur bei diesem oberen Chart musst du jetzt die globale Liquidität ausgebrochen, sondern auch beim DEMA, also beim Moving Average, den du hier in Rot dargestellt siehst. Also hier in Grün die globale Liquidität. Hier der Bitcoin-Preis mit seinen unterschiedlichen Phasen, wie du auch hier erkennen kannst, hier nach oben ausgebrochen, was auch hier historisch betrachtet bisher immer ein extrem bullisches Zeichen war. Also im Sinne von, wir stehen ganz kurz vor dieser parabolischen Phase. Dem der globalen Liquidität gab es jetzt auch bei Bitcoin ein Golden Cross zwischen dem 20 SMA und dem 21 EMA, also zwei verschiedenen Moving Averages, die du hier im blauen Rot dargestellt siehst, wie du auch hier erkennen kannst. Der rote Moving Average hat jetzt hier den blauen von unten nach oben durchbrochen und auch das historisch betrachtet, wenn du dir das hier anschaust, wenn du dir das hier anschaust und hier anschaust, bisher immer ein sehr positives Zeichen. Auch der 10-Wöchige Lead der globalen Liquidität soll jetzt am September den Tiefpunkt finden, bevor es dann ab Oktober wieder relativ stark nach oben geht. Das Ganze siehst du auch hier bildlich dargestellt, wird hier in Weiß dargestellt. Der Lead der globalen Liquidität als quasi ein Indikator, der angebt, wo sich die globale Liquidität höchstwahrscheinlich jetzt in der Zukunft hin entwickelt. Wie du hier siehst, hier im September noch den Tiefpunkt, bevor es dann Richtung Ende September bzw. Oktober, November immer steiler nach oben geht. Und da eben Bitcoin relativ stark mit der globalen Liquidität korreliert, sollte das auch die entsprechende Bitcoin-Preis ankurbeln, was allerdings auch sein kann, dass das Ganze etwas zeitversetzt passiert, wie beispielsweise hier, dass zunächst hier dieser Lead nach oben geht und es etwas später dann entsprechend Bitcoin folgt. Und genau deshalb geht auch nach wie vor Rauheport davon aus, dass wir ganz kurz vor dem Beginn der berüchtigten Banana-Song stehen. Also diese Zone hier, wo der Preis ja einfach nur noch parabolisch geht. Das heißt nicht allerdings, dass wir nicht noch einen größeren Crash sehen könnten, sondern die Hoffnung ist da quasi eher, dass sich das Ganze immer mehr herauszögert und erst die große Rezession, der große rezessive Crash und so weiter, vielleicht erst im Jahr 2026 oder später passiert. Jedenfalls ist das die Hoffnung. Fakt ist jedenfalls, dass sich derzeit die Langzeithalter bei Bitcoin ähnlich stark positionieren, wie auch damals beispielsweise nach dem ersten Top im Jahr 2021. Das ist auch hier dargestellt mit diesem grünen Spike, dass die Anzahl der Langzeithalter stark zugenommen hat. Ähnlich stark wie auch beispielsweise hier nach dem ersten Top im letzten Zyklus, dass auch hier die Anzahl der Langzeithalter stark zugenommen hat, bevor es dann hier nochmal stärker nach oben ging. Und gerade so ein großes Spike kann historisch betrachtet fast immer nur dann, wenn wir tatsächlich relativ seltener danach eine größere Rallye gesehen haben. Das heißt, das waren eher die Zeitpunkte, wo es günstig war, in Anführungszeichen, nochmal nachzukaufen. Und sollte sich dieses Wunschszenario der Bullen zumindest bei Bitcoin genaues ausspielen, da kann es sich auch bei Bitcoin zumindest laut den Diminished Golden Curves auf Preise freuen von bis zu 186.000 Dollar. Wie das beispielsweise hier siehst, dass wir hier im ersten Zyklus bei der obersten Linie hier entsprechend das Top gesehen haben, dann hier beim zweiten Zyklus bei der zweiten Linie, hier bei der dritten, jetzt hier bei der vierten und da steht es derzeit bei einem Preis Ende 2025 bei ungefähr 186.000 Dollar. Es gab allerdings trotz der langweiligen Marktphase auch einige positive News, wie beispielsweise, dass Japans größtes Elektrizitätsunternehmen erneuerbare Energien benutzen will für Bitcoin Mining. Zusätzlich, dass Bitcoin seit dem Beginn des Fiat-Systems 1971 mittlerweile bereits sogar schon mehr Stunden gehandelt wird, als der Aktienmarkt aufgrund der Tatsache, dass der Aktienmarkt eben die Öffnungszeiten hat und Bitcoin 24.700 gehandelt wird. Zusätzlich, dass MicroStrategy satte 18.300 Bitcoins nachgekauft hat im Wert von 1,11 Milliarden mit einem durchschnittlichen Einkaufspreis, also von allen Bitcoins von um die 38.600. Dann zusätzlich, dass der Bitcoin-Hashrate erst vor kurzem eine neue Zeit hoch erreicht hat und dann noch, was ich persönlich interessant fand, dass bei einer norwegischen Stadt die Stromtarife für die Einwohner um 25% oder fast 25% eingestiegen sind, nachdem die Gemeinde einen örtlichen Bitcoin-Miner geschlossen hat. Also was im Wesentlichen dann symbolisiert, dass Bitcoin für solche Gemeinden mittlerweile teilweise schon systemrelevant ist. Und noch zusätzlich auch, dass die Bitcoin-Mining-Difiguity ebenfalls ein neues IZ hoch erreicht hat. Auch die Adoption von Krypto nimmt immer weiter zu, wie du beispielsweise hier in diesen Statistiken zu den Stablecoins sehen kannst, dass das Transaktionsvolumen im Sale-Farf immer mehr zugenommen hat und jetzt in Q2 die allermeisten Transaktionen bzw. das meiste Transaktionsvolumen bei den ganzen Stablecoins stattgefunden hat. Auch die Anzahl der öffentlichen Unternehmen, die Bitcoin hatten, hat sich im vergangenen Jahr um 52 erhöht, das heißt, ist um fast 40% angestiegen. Und das erklärt vermutlich auch, warum die Bitcoin-Bestände sowohl bei den privaten als auch bei den öffentlich gehandelten Unternehmen mittlerweile bei einem neuen IZ hoch sind. Wie du hier siehst, das nimmt momentan im Zeltverlauf immer mehr zu, dass immer mehr private und öffentliche Unternehmen tatsächlich ebenfalls Bitcoin halten. Denn jetzt noch ein kurzes Update, was unsere Membership angeht. Und zwar haben wir erst letztes Wochenende unser 100. Weekly aufgenommen. Das heißt, Weekly ist bei uns diese einstündige Diskussion mit Mar und mir, die wir jede Woche, jeden Samstag Gesprächen aufnehmen, was im Wesentlichen bedeutet, dass wir allein durch die Weeklys jetzt schon mehr als 100 Video, also 100 Videomaterial tatsächlich produziert haben. Und zur Feier dieses Jubiläums bieten wir auch allen neuen Kunden bis zum 28. September 50 Euro Rabatt dann auf die jährliche Mitgliedschaft. Und das wird auch die letzte Rabattaktion auf die jährliche Mitgliedschaft, mit der man sich die aktuellen Preise dauerhaft sichern kann. Denn in wenigen Monaten, und das machen wir dann anhand von der Mitgliederanzahl fest, werden wir dann die Preise dauerhaft erhöhen, um quasi den Preis als so eine Art Filter zu benutzen, damit einfach unsere Community nicht zu groß wird. Also was das für dich interessant ist, hier findest du den Link zu unserem Membership und hier kannst du dich entsprechend anmelden. In meinem Newsletter teile ich zudem immer noch mein eigenes Portfolio, genauso wie das Meme der Woche, der Tweet der Woche, die wichtigsten Deadlines und so weiter. Falls du das ebenfalls zu Griff haben möchtest, dann einfach unten gratis eintragen. Genau das gleiche geht auch hier für diesen letzten Teil, wo ich meistens noch etwas persönlicheres teil, wie jetzt beispielsweise in diesem Newsletter, dass ich mich jetzt diese Woche mit der Nasenatmung und der Mundatmung auseinandergesetzt habe. Und dass ich teilweise richtig schockiert war, wie falsch ich teilweise im Alltag geatmet habe und dass ich das entsprechend verbessern möchte. Und noch hier eine kurze Info zum Schluss. Und zwar gibt es derzeit bei Surfshark, also dem VPN-Anbieter, den ich persönlich benutze, gibt es derzeit für alle Deutschen einen Rabatt von 86%, inklusive einem Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Surfshark ist auch beispielsweise das VPN, was ich persönlich nonstop benutze. Also beispielsweise derzeit ist bei mir ebenfalls ein VPN entsprechend an. Und in dem Video, was ich dir hier ebenfalls verlinkt habe, das werde ich dir auch unten in die Beschreibung packen, da kannst du dann noch zusätzlich, wie du mit einem VPN nicht nur zusätzlich einfach sicher im Internet unterwegs sein kannst, sondern auch zusätzlich bei irgendwelchen Services nur extra Geld einsparen kannst. Bis zum nächsten Mal, fourteen. Bis zum nächsten Mal.